Hey Leute, ich bin's Conny und heute spielen wir mal wieder Pads Simulator X! Samstag um 18 Uhr ist das neue Pads Simulator X Update rausgekommen mit 9 Pads, 9 Eiern, Trading Plaza, Voice Chat und bliblablopo und ihr habt's gehört, Voice Chat. Voice Chat bedeutet aber nicht, dass ihr Voice Chat habt, sondern nur, dass die Spieler, die schon Voice Chat hatten, wie zum Beispiel ich, jetzt dort auch Voice Chat benutzen können. Im letzten Livestream habe ich ewig versucht, mit jemandem im Voice Chat zu sprechen. Ich konnte natürlich am Anfang mit Crafter sprechen, bei der er Voice Chat hat, aber niemand anderes hatte Voice Chat. Ich hab so lange gesucht, es bringt einfach nichts. Wenn ihr mehr über den Voice Chat erfahren wollt, dann schreibt's mir in die Kommentare und ich mache mal ein extra Video nur über den Voice Chat. Und hier möchte ich euch einfach mal ein paar Ausschnitte aus dem Livestream zeigen. Viel Spaß! Conny, wo bist du? Wir gehen jetzt in TG1. Ja, es ist abgedatet auf Mainz Server. Ja klar. Ja, gehen wir mal voraus. Right now, right now, heißt das Update. Oh, ja, Trading Plaza, Voice Chat, 10 new Pads, 2 new eggs, Giant Diamond, Present, New Music, Trade Search, QoS. Hi. 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 Warte, warte. Hi. Anton, Anton, Anton. Oh nein, ich höre dich jetzt in-game und im Discord, das ist nicht gut. Jaaaa. Anton, wie ist die Lampe? So. Wie ist die Lampe? Welche Lampe? Ein Dominus Ei. Ja, aber das muss ich auch scheitern, oder was? Preston hat verkackt. Er hat komplett verkackt. Preston hat versackt. Die ist nur aufgeklebt. Die ist für Osher, ich dachte, die ist voll dick. Eine Million Diamonds. Ist okay, ich wechsle wieder auf meinen anderen Account. Ja. Gut. Anhaltlich. Reicht dann auch wieder mit dem Voice Chat. Roblox ist übrigens wieder down. Ja, ich komm hier nicht rein. Toll gemacht, Roblox. Wir haben es geschafft. Ich bin schon hier drin im Playing Plaza. Hallo, Guys. Ja, du ja, Voice Chat. Voice Chat. Keiner von denen hat Voice Chat, ich schwöre. Ich will auch Voice Chat. Ah, oh mein Gott, der ist ja richtig groß im Training Plaza. Ja, ja. Ich bin, glaub ich, der Einzige mit Youth Chat hier. Ich bin der Einzige mit Voice Chat hier. Okay, hier kann man upgraden. Gibt's hier bessere Upgrades? Ja, das ist alles maxed, okay. Dann kann man hier Gold machen. Nee. Der ist der Exclusive Shop. Interessant. Die Pet Collection. Die VIP Area haben wir hier. Dann haben wir hier das Diamond Present. Dann setz ich mal meine Pets ran. Everyone, add a giant chest to farm Diamonds, please. Alter, guck mal, wie viele Pets an diesem Geschenk dran sind. Ja. 20 Milliarden. Please, Diamonds, please. Aber niemand spricht mit mir. Ich bin der Einzige mit Voice Chat. Niemand weiß, dass ich Voice Chat habe. Alter, was ist was hier mit den Pets? Oh mein Gott, what the... Hello, please, Voice Chat, someone. Alter, es leckt in diesem Spiel, wenn ich Grafiken habe. Junge. Und ich habe die aus irgendeinem Grund. Oh Gott. Aber der Trading Plaza, der wird nochmal interessant, wenn dann Voice Chat öffentlich wird. Also, wie viele Pets irgendwie hier dran sind? Ne Menge. Ähm. Erinnert mich ein bisschen an Pet Simulator 1 Seiten, wo man so 200 Pets haben kann. Bei mir stehen nur, how do you use Voice Chat? Schau mich an, ich habe Voice Chat, du Opfer. Ha, da gibst du auf, wa? Ich habe Voice Chat, du? Niemand. Ha, 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 ha. Hast du Voice Chat? Hab ich mir gedacht. Hast du Voice Chat? Ha. Ah. Keine Ahnung, Fragezeichen. Hast du Voice Chat? Hallo? Nein! Ah, ich dachte von der FLP. Voice Chat, Voice Chat, please. Voice Chat, please. Niemand hat Voice Chat, ich muss in einen anderen Trading Plaza gehen. Direkt am Anfang. Hat jemand von euch Voice Chat? Hallo, hast du Voice Chat? Hast du Voice Chat? Hast du Voice Chat? Please, Voice Chat? Kannst du mich hören? Neue Eier. Nicht so witch, please. Voice Chat. Aliens. Willkommen keine Aliens. Leute, der Erste, der mich im Voice Chat in Roblox anspricht, kriegt von mir ein Dark Matter Pet. Crafter und Fuchs ausgenommen. Fuchs, warum? Fuchs ausgenommen. Fuchs auch ausgenommen, weil er zugehört hier. Also wenn mich ein Random anspricht im Dings, dann kriegt er von mir ein Dark Matter Pet. Es würde zu 80% keinen geben, wenn ein Chat der Voice Chat hat. Ey, wenn einer von euch, der gerade zuschaut, Voice Chat hat, versucht mir nachzujoinen. Wenn ihr mich ansprechen könnt, kriegt ihr ein Dark Matter Pet. Komm, ich suche eins aus. Welches Pet? Ähm. Ich würde sagen, ihr kriegt ein Dark Matter Robot. Hm? Kann ich auch? Kannst du mir eine Million Gems geben? Vielleicht. Wenn du mich mit einem Voice Chat ansprichst. Ich gehe jetzt wieder in eine neue öffentliche Lobby und gucke, ich will jetzt jemanden finden, der Voice Chat macht. Hä? Das macht keinen Sinn. Du machst keinen Sinn. Ich habe ihn zu sehr Angst gemacht. Hey, do you hear me? Do you want a free pet? Free pet? Hm? Do you want a free pet? Just say yes. Just say yes, if you want a free pet. Komm schon. Sag immer ja. Solche Langweiler. Ich gehe wieder auf den Trading Plaza. Da ist die Chance, jemanden zu treffen. Ich wette mit dir. Es gibt hier nur ein, zwei Dreiste, aber wo wirklich welche mit Voice Chat. Uff, ich werde eine Million brauchen. Aua, kann ich please, Gems? Ja, wenn ihr mich trefft und mich im Voice Chat ansprecht. Ich werde jetzt Pets verschenken an Leute, die Voice Chat haben. Mach das. Aber ich bin ausgeschlossen, ne? Ja, du bist ausgeschlossen. Es sei denn, du gibst mir deine Huge Cat im Gegenzug. What? Aber ehrlich, kannst du mir die Huge Cat einmal geben, damit ich sie im Dings habe, im Index? Hä, die ist im Index? Ist die nicht im Index? Doch, doch. Das hätte mich gewundert, wenn die da nicht drin wäre. Please, Pat, please, Pat, please, Pat, please, Pat, please, Pat, schreibt er die ganze Zeit. Aber du musst es sagen! Nutz deinen Mund! Sprich mit mir! Wie geht Voice Chat? Ähm, du klickst auf das Mikrofon über deinen Kopf. Und dann hören dich die Leute, sofern sie auch Voice Chat haben. Wenn die anderen Leute keinen Voice Chat haben, hören sie dich nicht. Und wenn du keinen Voice Chat hast, dann kannst du das auch nicht machen. Voice Chat geht nicht am Handy. Doch, auf ein Handy geht Voice Chat auch, habe ich schon ausprobiert. Wie bekommt man die neuen Eier? Man geht hier hin. Und wie ihr seht, gibt es hier jetzt zwei neue Eier. Einmal das Lab-Egg und das Chemical-Egg. Und ich werde natürlich das Chemical-Egg öffnen. So. Und ich hoffe, dass ich, bis ich das Chemical-Egg dann geöffnet habe, endlich mal jemanden findet, der mich im Voice Chat ansprechen kann, wenn ich gleich wieder Server switche. Axolotl! Ich habe ein Blatt, Axolotl! Ist er gut? Ich habe noch einen Blatt, Axolotl. Ich glaube, dem geht es nicht gut. Dem Blatt, Axolotl? Und damit war es das auch erstmal mit diesem Video. Ich habe im gesamten Livestream niemanden getroffen, der Voice Chat hat. Na gut, ich habe zwei Leute getroffen. Das war aber nicht in Pet Simulator X, sondern im Roblox Community Space, der ja auch ursprünglich da war, um Voice Chat zu testen. Deswegen steht das Angebot immer noch. Wenn ich in einer Aufnahme oder in einem Livestream von jemandem von euch angesprochen werde, im Voice Chat, dann kriegt ihr von mir ein Dark-Matter-Pad. Viel Erfolg! Wenn ihr noch ein extra Video zu Voice Chat haben wollt, schreibt es mir in die Kommentare. Wenn ihr Videos oder Tutorials zum Roblox Coding, Roblox Development haben wollt, die Frage gab es nämlich auch im Livestream-Chat ein paar Mal, dass ich zeigen soll, wie man denn jetzt Roblox-Spiele macht, kann ich gerne machen. Schreibt es mir einfach in die Kommentare, wenn genug Leute fragen, mache ich es. Das reicht jetzt aber auch mit Kommentaren schreiben. Ich würde lieber, dass ihr das Video liked, wenn es euch gefallen hat. Abonniert meinen Kanal. Das war's und ciao! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao! Bis zum nächsten Mal.